So, hallo Leute, der Meiton mich hier und ja, wir sind jetzt hier wieder bei der Poker Liga und diesmal macht euch bereit. Bam! Level 75, Level 79, Level 76, 83, 84, 80. Ich frage mich immer noch, wie Saras es geschafft hat, Silo zu überholen. Naja, weil es noch Attacken gibt. Falls ihr wissen wollt, wie ich zwingt habe, es war eigentlich ganz einfach. Ihr seht die Attacken, die die alle drauf haben. Ich habe immer, sagen wir, mehrere Trainingsrunden, absolut eine Trainingsrunde ist, mit jedem Pokémon so lange in diesem Scheiß-Tunnel da unten zu bleiben, bis alle Attacken leer sind, dann zum Heilen, hier oben hochrennen und dann nochmal. Und das ging eigentlich die ganze Zeit so. Also ja, und das vollkommen ohne Cheats, das Einzige, was ich hatte, waren halt Safe States und Geschwindigkeitstaste, also Speed Up, aber naja. Und jetzt sind wir bereit für Dingens, ja. Falls ihr es noch wisst, Moment. Achso, ich hab, äh, falls ihr es noch gewusst hattet, ich hatte ja, äh, 105 Sodapops, die sind alle beim Training draufgegangen. Wollte ich nur gesagt haben. Oh, ich hab noch drei Sonderbombons, sehe ich gerade. Äh, Wayne. Ähm, was ich nachgucken wollte. Drunk. Okay. Äh, von hier, okay. Ich hab doch hier, da haben wir schon da. Okay, gut. Ich dürfte bereit sein. Dem, bitte, dem, bitte, dem, bitte. So, hm. Die Frage ist, mit wem kämpfe ich jetzt als erstes? Hm. Nehmen wir, ne, Moment, halt besser. Ähm. Oh. Was für ein Item hat er nochmal? Fokusband. Fokusband. Wenn sonst sie, doch, hat er glaubt, dass die Wassertagung nicht mehr quälen, ne? Ja, geht doch. Ähm. Okay, wenn ich sagen, machen wir das mit. Wie Nightmare oder auch Nightmare? Ja, deinen ganzen Text kennen wir. Wir haben ja schließlich schon mal gegen dich gekämpft, aber leider am Ende hätten verloren. Ey, Pöscher, Musik! Äh, falls ihr es raushören solltet, herzlichen Glückwunsch, denn ich bin ein kleines bisschen krank. Ah, mein Hals ist voll im Arsch und, naja. Um, ja, ja, Typer schreit drauf, ne? Hat er von sich aus gelernt, hab ich ihm nicht beigebracht, also. Und das hat er glaubt schon vorher weiß ich gar nicht, naja. Shadow Ball! Puh. 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 die das war ein Donner... Ach, hauen wir einfach mal ein Aeroblast drauf. Ah, toll. Okay, gut, nicht sehr effektiv. Noch ein Trotter mit der Luft. Moment, wo... Ah, Scheiße! Fuck you, ich wollte... Ach, Scheiße! Wollte... Ach, ich wollte eigentlich Spukball... Ach, was soll's. Donner! Ja, okay. Ja... Okay, versuch was nochmal. Jetzt. Ach, Broke, ist ganz geil. Donner! Ah! Fear the Roar Thunder. Wie, nicht sehr effektiv. Also, naja, wie... Das war... Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich dachte eigentlich, es wäre sehr effektiv gewesen. Das Geile an, äh... Wie Lugia... Ich würde es wirklich wie Nightmare nennen sollen. Äh... Naja, egal. Äh, das ist geil. Warte mal, ich kann die Spitznamen doch noch ändern, fällt mir grad so ein. Hm, werde ich denn auch tun. Ich will ja jedes... Ja, ein spezielles Nightmare haben. Wie, nicht Nightmare. Wie, nicht special Dinge, was weiß ich. Shadow Ball. Oh, noch ist mein Level gut da drüber. Über dem Gegner Level. Noch. Betonung wirklich auf noch. Das wird sich nämlich sehr schnell ändern. Später. Aber welches Pokémon war das nochmal, was mir so auf den Sack ging? Was Sarah die ganze Zeit, äh, verwirrt hat und so. Was war das nochmal? Ähm... Ich weiß jetzt nicht, welches das war. Ach, es kann ein Surfer, das Vieh. Naja, aber was ich sag... Oh, fuck. Was ich ja noch sagen wollte an Nightmare, was geil ist daran... Ist, äh... Ja, halt einfach die Tatsache, dass... Äh, den ganzen Ziel absolut gar nicht so sehr effektiv ist. Und, ja... Das ist richtig geil. Weil Nightmare hat ja... Also, weil Nightmare hier... Äh... Ach, komm mal, haben wir einen Hyperstrahl drauf. Weil Nightmare hier ja Typ Fragezeichen ist. Und das find ich irgendwie cool. In your face. Komm, stirb dran. Jawoll. Ja, Hyperstrahl ist eben doch eine richtig geile Attacke. Ähm... Aber ich muss sagen, äh, was ich scheiße finde. Jetzt inzwischen bei den neuen Spielen. Ähm... Also, ich mein jetzt bei den, äh... Ganz neuen Spielen. So, das heißt... Halt, man muss aufladen jetzt erstmal wieder ne Runde. Ja. Ähm... Jetzt nehm ich das Hyperstrahl einfach viel zu... Ich sag jetzt nicht schwach geworden ist. Aber, ähm... Ja, einfach diese Tatsache, dass die Attacken... Immer wieder neue Attacken kamen. Und die immer wieder neu, äh... Immer stärker geworden sind. Also... Das find ich richtig scheiße. Und... Moment, hab ich 1, 3, 3, 7... Hab ich Liederfahrung bekommen? Äh... Nichts mit ich. Next room and the next battle. Blah, blah, blah. Alles klar. Ähm... Ähm... Ja, aber ich würd sagen, jetzt mach ich so, dass ich in jedem Part nur einen einzigen Trainer mache, weil... Ja, letztes Mal war es mir einfach irgendwie viel zu knapp und so. Naja, dann sehen wir uns zum nächsten Part, wo ich diesen Typen hier fertig mache. Haut rein!